Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Age Game und zwar spielen wir heute mal Duality. Duality ist ein ziemlich cooles Game, macht auch schon viel Fun. Duality ist eine Art, ich würde ja sagen Visual Novel, aber mit, also ihr bekommt Auswahlmöglichkeiten, die ihr habt und ja, ihr müsst auch nachher, also am Anfang ist es so, ihr werdet erstmal aus eurer Familie, ihr müsst erstmal zu eurer Tante ziehen, die unten in der Stadt und ja. So, ja, da bei der Tante müssen wir erstmal ein bisschen punkten und dann geht es wieder zurück nachher in die Familie. Das Spiel ist ein bisschen langzeitig, spielt ein bisschen lang, aber ist cool, ist echt nicht schlecht. Ich würde einfach mal sagen, ich starte einfach mal direkt durch, ich kann ja komplett das Titelbild leider nicht zeigen, deswegen ist ja das hier gerade an, weil, die stehen hier alle wirklich blank. Aber, dann sieht man schon mal, was der Osterhase als Überraschungspakete dabei hat, warum mal nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, so, wir starten aber mal direkt durch. Ich weiß gar nicht, können wir einen Charakter benennen? Ich glaube nicht, ne? So, ist natürlich klar, alle 18er plus und das ist erstmal June, glaube ich, war das gewesen, ne? Me? Genau, June. Das ist June, ähm, ja, das ist halt so. Und ich glaube, wir sind deswegen am Ausziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich erinnere mich an die Story nicht mehr, genau, Into the Great School, genau, Friends Management, ja, genau. Weil wir dort auf eine bessere Schule gehen, genau. Und die ziehen aber irgendwann mal hinterher, glaube ich, oder wir kommen wieder zurück. Auf alle Fälle, ähm, überrascht euch nicht über dem Spiel, ihr werdet die nochmal wiedersehen. Also von daher ganz easy, ganz going. Ich glaube, die verkaufen das Haus dann da noch. Und, ja, put the dress down, dein, jetzt nicht. Können wir später wieder machen. Ähm, dann kommen noch hier, genau, Clary, äh, nee, Charlie und wer kommt noch? Ah, die beiden kommen noch, genau. Äh, Tiffany. Hm. Äh, Tiffany, glaube ich, ist die kleinere Schwester. Und dann haben wir hier noch, es gibt leider keine Musik, Charlie. Also ein bisschen Musik ist manchmal gar nicht mal so schlecht, weil irgendwann, äh, geht mir auch mein Geklicke von meiner Maus ziemlich auf den Nerven. Na, aber da kann ich leider nichts dran ändern, weil es ist halt nun mal so. Ähm, ich skippe hier mal voll durch, blub, blub, blub. Ähm, weil dann wäre mir nicht eine kleine Szene gekommen. Deswegen habe ich mal eben ganz kurz den Skippy-Button angeklagt. So, ähm, da küssen wir so auf die, auf den Nacken, weil das mögen die anderen sonst nicht so gerne. So, das auch noch. Ähm, so. Da Mutti immer so höflich war hier zu uns, oder Juno immer so höflich war, das Make-up schon gut vorhin aufgetragen hat, kriegt sie einen auf den, auf der Lippchen. So, passt das Thema wieder. Ja, da freut sie sich doch wieder. Ja, ist ein schöner Tag. So, ab geht's hier, ähm, genau. Wir sind dann also hier, helfen der Mädchen auf, weil wir jetzt auch Richtung Bouncer City unterwegs sind, zu unserer Tante. Ähm, der haben wir mal hochgeholfen. So, und ich glaube, sie ist unsere Tante, genau. Äh, ja, jetzt können wir eigentlich meinen Namen eingeben. Ha, mein Name ist Ben. Hast du mir gesehen hier, wa? Das Leben läuft doch mal wieder lustig. Ich, ey, wo waren wir? Äh, in Bouncer City. Also, wir haben das Boner City, Bouncer City. Was bekommen wir, äh, äh, was bekommen wir denn als nächstes noch alles für Cities, ey? Big Titty Cities? Irgendwas werden wir noch, auf alle Fälle noch bekommen. Irgendwelche lustigen Namen. Alles meistens mit B. Big City. Ähm. No one way, no one way, no one way. Nein, alles gut. Ähm, mit der, ich skippe mal ein bisschen vor, damit wir hier mal ein bisschen in Gang kommen. Äh, of course. Gebt mal einfach, of course, raus, so. Äh, try to flirt, Kompliment. Geht immer am besten, ähm. So, dann, der zweite Satz ist mir nicht immer ganz gut. Also, ihr müsst gucken, dass ihr ein bisschen Points sammelt. Ähm, weil bei ihr bekommen wir nachher ein paar Punkte. Äh, read Death Note, start, starting the game. Ihr könnt auf leicht, medium und hard spielen. Ja, können wir das später auch, glaube ich, im Spiel wieder umstellen. So, und dann haben wir hier unseren Bereich. Wir haben hier vorne den Ausgang. Wir haben hier das Wohnzimmer. Wir haben das, die Küche mit, äh, Esszimmer. Wir haben das Badezimmer. Wir haben das Schlafzimmer, wo sich gerade irgendwie... Mit ihr gibt's leider noch nicht so viel Content. Aber das kommt alles noch. Das Spiel ist, äh, ja, wird semi-oft weiterentwickelt. Aber es ist cool. Es macht richtig fun. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ihr habt ja über die... Über den Messenger könnt ihr noch ein bisschen weitergucken. Da haben wir zum Beispiel noch ein Fitnesscenter. Und wir haben noch, ähm, den Park. Genau. Äh, ich glaube, auf dem Handy war das mit Information. Genau. Da seht ihr nämlich Liebe, Affection on the Revenge. Das seht ihr bei allen. Die müsst ihr hier bei Claire erst mal... Nee, bei Claire. Wieso? Bei ihr. Working. Okay. Dann müsst ihr das erst mal hochkriegen. Das heißt, erst mal müsst ihr bei ihr einen guten Freundschaftsbonus aufbauen. Nach ein paar gewissen Tagen das Spiel, ähm, spielt nach Tagen. Das heißt also, nach ein paar gewissen Tagen, äh, kriegt ihr dann den Anruf von June, dass dann alles in Ordnung okay ist, dass sie irgendwie bald umziehen. Und dann müsst ihr nochmal irgendwie eine Woche warten. Und dann erst zieht ihr um. Und ihr trifft dann die alte Familie wieder. Ne, also das dauert eine Zeit, weil ihr erst mal hier bei der Tante erst mal, ähm, bleibt und, ähm, dort auch erst mal mit ihr nur. Ne, also nicht, dass ihr denkt, das Spiel geht nicht weiter. Doch, es geht weiter. Es dauert halt. Das Spiel hat, ähm, in Ingame-Tagen. Und nach so und so viel gewissen Ingame-Tagen, dann erst, geht das dann erst richtig los, äh, dass wir wieder zurück zu denen dreien kommen. Ne, das habe ich mir auch erst gedacht. Ich so, hä, was ist das für ein komisches Spiel? Das ist ja die ganze Zeit nur, die er nur hier spielt. Aber warum haben wir denn vorher die Familie kennengelernt? Bla, 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 war ein bisschen bescheuert. Aber nein, das ist, es soll euch einfach erst mal darin leiten, einfach bei ihr erst mal die Friendship und sowas alles hochzubauen. Hat für die spätere Sache auch ganz guten Vorteil. So, ähm, Duality ist ziemlich cool. Ähm, ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ich habe die, äh, jetzige Version noch nicht so weit gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da schon Age-Scenes gibt. Ich weiß, es gibt ein paar, aber eher mehr so, Naked-Scenes, außer bei der Tante. Bei der Tante gibt es so, na, gibt es keine richtige Age-Scenes, sondern eine B-Scenes. Äh, äh, aber, ähm, ja, ist trotzdem nicht schlecht. Also, ich mag den Style von Duality sehr cool. Ich finde die Idee von Duality ziemlich cool. Und es gibt noch so ein paar Secret-Characters, die ihr noch sehenbar noch finden könnt. Ähm, ist aber ein cooles Spiel, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also, jeder hat Bock, hat auch ein bisschen auf sowas, wieder mal zu Hause und Schule und, aber irgendwie, äh, mit Schule müssen wir dann auch einfach mal hin. Hier zum Beispiel, glaube ich, lernen wir auch eine verrückte Tante kennen. Hier, oder ist das in der Schule? So, eigentlich mal sind wir in der Schule angekommen. Da, wo wir eigentlich auch hingehörten. Sie da. Ich habe keine Ahnung, was aus der später werden wird, aber sie ist schon mal angeteasert. Ähm, wie gesagt, ich habe das Spiel selber nicht mehr durch. Ich habe das schon ein bisschen länger Zeit nicht mehr gespielt. Damals war es in der sehr frühen Version. Und jetzt habe ich es leider schon nicht mehr so lange gespielt, aber es ist trotzdem ein ziemlich cooles Spiel. Es hat mir auch damals beim Durchspielen sehr viel Spaß gemacht und irgendwie bekomme ich gerade den Drang in meinen Fingern, das Ding einfach auch nochmal wieder durchzuspielen, um mal zu gucken, wie weit es in der letzten Stande ist. Ähm, aber trotzdem, es ist ein cooles Spiel. Duality kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein super gutes Game. Schönen Charakterdesign, also wirklich coole gemacht. Ähm, die Age-Scenes sind auch nicht gerade so übel. Also, es gibt bessere, aber es gibt auch viel, viel schlechtere. Und von der Story her, es ist ausbaufähig, definitiv. Sehr ausbaufähig, aber es ist schon mal ein guter Plot in die Richtung, wo es hingehen soll. Man merkt also eigentlich, normalerweise, man merkt also schnell, dass es eine gute Richtung einschlägt. Ähm, man ist am Anfang nur sehr verwirrt, wenn man überlegt, warum kommen wir nicht wieder zurück zur Familie. Ja, wie gesagt, ihr müsst echt eine Zeit lang abwarten. Ähm, eine Zeit lang spielen, das kommt automatisch. Also, es ist ein, ähm, so einen gewissen Tag, es ist ein automatischer Treffer. Dann kriegt ihr dann halt erstmal die Nachricht von June, glaube ich, ist es dann. Und danach bekommt ihr die, ähm, nochmal eine Nachricht. Und, äh, auch eure Tante redet da mit euch, dass ihr dann eben halt wieder zurückfahren wird mit euch. Und erst dann geht das ganze Familiending wieder los. Ja, also nicht erschrecken, mir war es am Anfang auch ein bisschen suspekt und, naja. So, auf diesem Wege bedanke ich mich direkt, dass wir es zusehen, wünsche euch viel Spaß und schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. wir sind gerade wieder los. Wir müssen uns gut wissen, Vielen Dank.